dann da haben wir mal den roten Stein aus dem Gemüse immer noch so viel und darf nicht so viel tun machen, denn ist nicht gut hat sich wieder mal mega gegeben ich finde alles aber man kann gerne das kommt mir nicht an, du bist falsch nicht, ich weiß nicht das ist für mich nicht ich bin wie eine Giesel schlägt in unserem Rettstum vorbei, wenn du sie hin ich werde 34 Jahre alt, ich freue mich ich gehe mal wieder hier durch dieser komischen Piece zu fahren oh, was reisen wir aus wenn ich zum Glück aufgefahren habe, oder? da nimmt sich das der 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 ich und ist nicht gestocht ach ja, ich hab kein Kaffee und so meine Insignale geht gleich auch in die Wöffelamt ich hab das jetzt hier extrem gespart Verschwendet eine Zeit meines Lebens sich nicht wiederkriegen, das ist meine Lieblingszeit, warum wir zurückkommen. Ich habe irgendwie keinen Bock mehr, ich würde mal sagen, wir gehen wieder nach Hause. Ich möchte aber schon gerne, das ist eigentlich ja, wo wir nicht gesehen haben, ganz weit drüben, was wir nicht dann nachher durchbauen, also auf dem Podium besser gesagt, das halte ich dann auch wieder hier hin zu gehen. Obso, ich finde das jetzt aber noch nicht. Der sieht so einsam aus. Ich kenne das Gefühl, Es war aber eine Freude, die Gesellschaft zu leisten. Okay. Wir gehen doch noch nicht so schnell zurück. Nose, wieso? Okay. So schnell hat es das auch noch nicht ausge... ...ausgeforscht, sag ich mal. Roten Stein in den Bauch wieder mit. Raus, 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 alles was hier raus. Schussverkauf. Oder doch eigentlich jetzt nach Hause. Ich muss auch noch übrigens so alles rennen. Na, 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 na. Aufmerksamkeit. Jetzt muss das Kackspiel immer jetzt gelegen gehen. Ist nicht gut. Nicht gut für meine Nerven, bis sie wieder. Nicht gut für meine Nerven, bis es wieder Bryce sind. Jetzt war uns aber eigentlich mehr in der Patte. Und zwar so viele, dass wir da nichts mehr mitnehmen können, Scheiße. Ganz ehrlich, das ist ein Feier. Und das ist ein Feier. Wo gehst du her? Bist du? Ja, musst du wohl. Du hast keinen Kopf mehr. Wie können Zombies ohne Kopf leben? Geht eigentlich nicht. Es geht in keinem... Zombie... Franchise, sag ich mal. Scheiße. Dass die Zombies ohne Kopf leben können. Ich meine, wir tun sie ja nicht. Das sind keine Zombies. Aha. Ich wollte zurückgehen, ne? So... Das kommt dann noch mit. Nehmen wir das noch mit. Nehmen wir das noch mit. Nehmen wir das noch mit. Da war kein Gold, aber das nimmt auch mit. Komm, das geht nicht mit. Oh, läppisches Latz. Nochmal läppisches. Ach ja, wenn ich das sehe, denke ich manchmal an den Lebenslevel steigern. So, machen wir das. Den Saum brauchen wir erstmal nicht mit. Wir werden nochmal schnell... Zack. Jetzt haben wir wieder Platz. Komm, jetzt geh ich da nochmal schnell hin. Jetzt hab ich schon ausgeleuchtet. Jetzt möchte ich es auch genau sehen. ... Alter, da ist so viele Sackgassen, ne? Das hält man Sack gar nicht aus. So viele Gassen sind nur hier. Tja, tja, tja... Der Müll wird genommen und ganz toll. Die gerade ist abgewählt und sofort langsam wird mit dir. Das ist unser Minecraft-Steel! uns noch ein ich habe mich erschrocken da r dieses Volter hier warum muss man hier ist alles ausgeleuchtet so ein Pelle Bis auf die letzte Ecke ist sie ausgewandelt. Boah, mein Herz. Mein armes, armes Herz hat mich voll beschrocken. Ich will sie wieder zum. Wo waren wir unser Hobbyaufgaben? Aufstieg. Die kommen doch gerade her. Das ist jetzt kratzt. Was ist hier? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Es ist dunkel. Warum ist es hier dunkel? Warum habe ich sie nicht erhellt? Ach, nun muss ich wieder... Warum was? Das ist nämlich jetzt nochmal schnell mit. Wir sind schon bei eineinhalb Stunden, das ist alles toll. Eigentlich freue ich mich, da habe ich dann mehr zu verwerfen. Aber ich will auch noch Pause machen. Das dann dauert noch gleich wieder zusammen. Aber egal, macht's doch gern. Sollen wir es nur gerade wieder aus? Geht? Geht es nur? Ja, und Sackgassen. Naja, typisch. Ich hab's heute aber auch mit Sackgassen, ne? Mein Arme sagt, wie gesagt, er macht das nicht mehr ewig mit. Das alte Teori bin ich einfach ganz komplex. Wahnsinn. Mäge viel Ingruppen und so weiter. Angst haben natürlich auch. Boah. Alter, du bist so guter. Und du bist so. Du bist so guter. Oder du bist so guter. Oder du bist so guter. Oder du bist so guter. Da fliegt meine Ausbeute nach unten... Ach, hier sind wir schon wieder... Schon wieder... Einmal fallen... Ah, ok, jetzt sind wir also bei den ganzen Zwischen... Jetzt hab ich auch endlich cool, wenn ich hier vorne bauen kann... Ich muss dich in den Raum spüren... Mann, leck nicht so rum, du dummes Spiel! Aha... Sah... Ach, da ist auch noch was... Nein, das ist... Dieses Spiel, das macht mich irre mit so einem scheiß Gelenk... Ah... Jetzt gehen wir auch mal hier runter... Warte, was ist denn hier? Von Höhenkomplex, ich krieg Komplexe... Oh, Fleisch! Ich glaube mal liegt das ranziges Fleisch auf, aber noch Fleisch! So... Jetzt nehm ich das Eifel mit! So... Nein! Das darf doch nicht wahr sein! Zack, zack! Zack, zack! Zack, zack! Oh... Halt... Zaaack! Ich bin noch schnell hier... Ich bin noch schnell hier... Hier nach oben... Hier... Da war ich noch nicht... Einmal... Du... Ich bin noch... ...sieh... ...zack... ...zack... Zack... ...zack... ...zack... Es meint, mein armes Herz, springt überdraut. Ernsthaft wieder für... Boah, 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 boah. Okay, was dann soll ich denn hier? Ausnahme Null? Ach komm, ey, ich will nicht was vergessen. Nein, 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 nein. Immer kurz ruhig bleiben und in der Hoffnung... Oh, geil, jetzt find's was geiles in diesem Sack. Hö. Und ich geh noch mal hier rein. Vielleicht find's wieder hier noch was Schönes. Nämlich der Sack, das ist ja geil. Ich freu' euch. Hat sich gelohnt. Ich fühle sich einen Aufstieg nicht wieder dazu. So, jetzt machen wir mal folgendes, wir gehen hier wieder zurück. So, geht doch. Genau. Für Leute. Jetzt machen wir mal alles dicht. Wo ist ein Aufstieg? Ach, Schlammi! Hier bist du! Wieso spawnst du hier? Wenn ich doch alles ausgeleuchtet habe. Halbherzig. Was? Der Aufstieg hat mir nicht gesucht. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nichts, Alter. Nur eine Funktion. Jetzt ist es mal wieder... Egal. Du werden wüsst, halt mich. Ich bin wieder hier. Das sag' ich gerade als Maul. Ja. Ich bin wieder hier. Das sag' ich gerade als Maul. Nein. Ja. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ja. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Du bist nicht weg. Du bist hier, wir gehen nicht weg. Du bist hier, ich bin wieder. Ich bin wieder aufstieg. Warum geh ich hierher? Sack. Was ist da eingesperrt? Ach, hier sind wir! Hier wird auch noch mal ein Ding, cool. Auch wenn es uns im Endeffekt gar nichts gibt. Warte, die Erkenntnis, dass wir hier schon haben. So, okay. Wir gehen wieder zurück. Wo ist hier der Ende noch? Jetzt geht dieses Ende wieder los. Ah. Oh, okay. Wo seid ihr? Ja. Guck einfach mal wagen, wo dich unter der Bischof. Ich möchte nämlich gehen, wo dich gehen. Was ich fasse an, Mann, 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 Mann. Ich möchte das schon gerne mitnehmen, auch wenn es blöd ist, weil es das ist, was das spült. Du weißt, was das ist. Du weißt, was das ist. Du weißt, was das ist blöd. Jetzt möchte ich doch mal, endlich, es ist ein, da ist es. Ich kann sagen, was du willst, du bist so kloppt. Nicht jetzt richtig, ich gehe jetzt mal hier zurück, wo ich sage, aber ich dürfe besser gesagt zurück. Was? Was? Für die nicht los angucken sollen. Was? 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 Auf Abstiegsquote. Da sind wir einbeizert. Ja, das ist die Mira. Wer kommt jetzt woher auftaucht, und es ist bis ins Wölf. der witz und jetzt so lange muss er sich kriegt ich finde den Weg nicht ich kriege nicht ab, Rappeln bei mir Obstache, der kann er nicht Nix ab! Warum bringt die? Ich muss schon sagen, der Ernst hat wieder keine Fackel. Das war jetzt gewollt. Meine Fresse, Alter. Bring. Dann willst du ihn jetzt endlich, und dann geht das Schwert verbot. Und dann hast du kein Schwertwerk. Dann bist du im Arsch. Dann bist du im Arsch. Dann bist du im Arsch.